Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, man Ich liebe dich Herzlichen Glückwunsch, Elie Gella Ich bin ein großer Freund und ich sehe dein Video auf YouTube Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dieses Video wird glaube ich ein sehr, sehr lustiges Video Und zwar haben Willi, Timo Werner, Kai Havertz und ich uns in einer Fortnite-Lobby zusammengetan Wir haben vierer Squad-Runden gespielt und es war wirklich sehr, sehr lustig Guckt's euch an Und ich möchte nochmal da sagen, es wird wahrscheinlich so viel bringen Weil die Jungs eh schon Millionen von Follower haben Aber ihr könnt ihn gerne folgen, wenn ich es noch nicht getan habe Perfekt, ich mach mal deren Link zum Insta ganz oben in der Videobeschreibung Die Jungs, Freunde, sind so bodenständig Ich schreibe auch echt ab und zu mit denen Und die sind so korrekt, Freunde Sehr bodenständig, sehr entspannt Die sind ja auch ganz normale Leute Aber man weiß ja bei manchen, so Kohle und Fame Da verändern sich Menschen Die sind so krass bodenständig Ich hab mit Timo schon in Leipzig miteinander Haben wir miteinander geredet Und da hab ich euch ja auch erzählt Der Mann ist super sympathisch So sehr, sehr nett und bodenständig Und auch lustig Die reden, die Knechte reden genauso wie wir Das sind richtige Dullis in manchen zusammen Was die so teilweise rausglauben Guckt euch an, wie wir zusammen gespielt haben Wir hatten es sehr schwer wegen den Streamsnipern Aber es hat doch trotzdem Spaß gemacht Ich find's so geil bei Fortnite, wie das einfach so verbindet Wie man miteinander zockt So in FIFA ist das nicht so Ich spiel mit Rohat, ich spiel mit Trimax, mit Amar Mit Sydney, mit Jordan Mit allen Leuten Ich hab jetzt auch viele noch nicht aufgezählt Mit Musti und mit den ganzen E-Sportlern und so Das macht so Bock momentan So mit mehreren Leuten zusammen zu zocken Und ich muss echt sagen Es macht mir sehr viel Spaß Lasst ein Like auf das Video da Ich weiß nicht, wie viele Leute es sehen Ich denk mal, es sehen schon ein paar Lasst uns mal die 30.000 Likes einfach mal probieren An alle, die das sehen Lasst ein Like da Das ist immer gut für den Algorithmus Ihr könnt mal eure Meinung zu Timo und Kai In den Chat reinschreiben Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt Wir haben bald die 700.000 Ich glaub, es fehlen noch 25.000 Follower oder so Dann haben wir da auch die 700.000 Wir wollen ja nächstes Jahr Vielleicht die eine Million knacken Wird sehr schwer Aber wir probieren es Würde mich supporten Wenn ihr auf jeden Fall ein Follow da lasst Und jetzt viel Spaß mit dem Video Und ich muss aber sagen Die Jungs, die haben die Champions League gewonnen Freunde Die haben die Champions League gewonnen Und der eine von denen Hat im Champions League Finale ein Tor gemacht Und der andere hat im Halbfinale Gegen Real ein Tor gemacht Also das ist schon echt krass Und ja, guckt euch an Sehr cool gewesen Wird bestimmt auch wiederkommen So was Viel Spaß Er schreibt, wer ist alles dabei Kai wäre auch dabei Wenn heute nicht geht Wäre er morgen am Start Jetzt bin ich gespannt, wie der Junge ist Ihr werdet das jetzt nicht mal schlecht Willi, wenn ich dir den Namen von ihm gebe Oh Gott Sag's mir nicht Guck dir das mal an Bitte Komm mal, wie er sich genannt hat Das ist ja aber scheiße Das kann er nicht machen Woher kommt das denn? Bringt ich das auch Von so einem werde ich dann vielleicht auch mal gekillt Hallo, hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja, ja, man hört mich Ja, ich höre ich Ich höre ich Ich höre ich Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Wartet ganz kurz Ihr müsst jetzt, bevor ich die Szene wechsle Einstellen, dass man euren Namen nicht enden kann Und an der Stelle Ja, wie geht das denn? Wo seid ihr Männer? Wo? Wie geht das? Ich weiß nicht, wo das ist Aber an der Stelle Erstmal, eure Namen sind absolut scheiße Willi, die müssen das machen, dass die keine Freundschaftsanfragen kriegen können Hä, hört man mich? Ja, hallo, hallo Auf Playstation habe ich das schon Ich auch Aber bei Epic muss das irgendwie gehen Ja, bei Epic, ja, da weiß ich nicht, wie es geht Ja, nice Hey, gibt's Tilted Tower noch? Ja, ja, super, wirklich Geiler Scott Scheiße Das wird so schlimm Das ist so schlimm, Dinger Das, hallo, dass das Schlimme ist, ne? Das Schlimme ist Der Timo, der tut den so, als wäre der Noob Aber das steht seit jedem Tag, fünf Stunden Aber das ist trotzdem scheiße Hä, aber wieso steht denn bei dir im Stream, ähm, kein Signal? Weil ich das ausgemacht habe, bis wir landen Ah, hast du den Stream an? Ach du scheiße Kann ich mal meine Oma grüßen? Nein Die guckt gerade Ach du scheiße Konzentration, Konzentration Ich möchte Konzentration haben Abbau, niemand spielt die Helden Ah, jetzt labert der hier wieder, ey Ich höre meinen Stream, warum höre ich meinen Stream? Irgendeiner soll den Stream, glaube ich, ausmachen Ich höre Kai ist das Kai, hör auf jetzt Nein, nein Ich bin da auch nicht Ich bin da auch nicht Also ich hab den Stream an, aber halt auf leise Jetzt geht's Digga, ich hab nach dem Stream übrigens einen Tinnitus, ne? Die schreiben mir die ganze Zeit ins Ohr, die beiden, Digga So laut Ey, legt euch mal Discord zu Ja, ehrlich Ich hab Discord, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert, ne? Ist aber gut Ne, super Bruder, ich kriege hier die ganze Zeit Freundschaftsanfragen, wie geht das aus? Ja, weil der sich aus hat, na, weil der sich aus hat, du bist so doof Nein, nein, du bist so doof Ey, glüppschiger Eli Ja Ich hab Mini für dich Danke Ich geh vor Da am Stein Wo? Ich geh vor Ich geh, ich komm mit Rein, alle rein, alle rein Oh, okay Der kann was, mann Der kann was Nein, nein, nein Spieler Ah, hier kommen noch welche Zweite Feinde Streamchen einfach mal von unten Ah, es sieht ganz schlecht aus bei mir Oh, okay Ich bin tot Aber ich hab den Ich hab den fast tot Ich hab den fast getötet Jawoll, Klitschiger Eli Wo rennst du hin? Warte, warte, warte Wo genau Oh, da ist die gleiche Banane wie du Warte 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 Es geht nicht, nee, nee, nee Du sollst irgendwas machen Du sollst sich entstummen bei Discord Hallo, Willi Du hast so ein Hallo Hört ihr mich? Ja Hört ihr mich? Hallo Jetzt gehts Hallo, ey, ich hör euch nicht mehr Hallo Ach du Scheiße Nein, jetzt konzentriert euch doch mal Wir sind doch hier nach dem Kindergang Ja, stimmt, stimmt, stimmt Jetzt gucken viele Menschen zu Ich zeig mich jetzt von der besten Seite wie viele menschen gucken denn dazu gerade 42.000 ich höre die nicht ja ich höre nicht timo halt einfach mal die fresse jetzt doch mal ein kopfhörer freund ich höre die knechte halt gar nicht die gegner höre ich nicht ist egal wir sagen wo die sind ja egal ich glaube ein spiel hängt nicht mehr aber doch es hängt es hängt ich bin tot ich habe mich grüßen ich habe gesagt ich habe meine freundin gesagt ich fluche nicht okay ich beherrsche mich hier der zeigt mir die rote karte hinter dir mein kumpel mit der roten karte schießt die ab ich habe keine märz dachbau und dachbau schade 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 aber warum sind so viele diese sniper da drin sind und die sich alle drauf ein runter holen wenn die euch holen oder uns die sitzen mit dem zelt da das wird in so vielen insta gruppen reingeschickt ja was glaubst du was da los ist und die ist weihnachten heute ehrlich wirklich für die ist wirklich heute weihnachten warum laufen eigentlich der klipschicken banane hinterher gehen in die zone ganz ganz wie sind in der zone ja wir laufen rein oder wurde jemand rebootet reboostet reboostet da wurde jemand reboostet jetzt spielt ein spiel und da haben wir uns die ganze erde voll spielt ein spiel ok ok 50 euro los rein mehr ok ok ich habe drei kill schon ich komme von oben ich habe hier die ganze wiese und ich habe nix zum bauern elige mir die an die mediant können wir mal hier gucken kann meine information nein das ist eine banane ich habe das ist eine banane ja ich hatte drei haben zu sagen ich habe auch im ping ist unspielbar habe ich schon mal ich bin komplett falsch gelandet ich habe ein leben habe ein leben eins ich habe eine gegen alle kämpfe weil ich gehe allein gegen alle kämpf wieder ja töte mich du komm schon an ich habe einen knackwürstchen schön schön da ist noch einer da kommt einer der bluelife 22 bekommen ich habe die falsche taste gedrückt bitte mal bitte auch mal meine karte denken ist 99 info ok ok warte die warte 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 ja aber ich bin in eine andere richtung wenn mich abholen einer spieler schenkt bekommen wie soll er denn zwei sitze reingehen erklärt mir das mal wie kann man so nerven was seid ihr für kann man so hobbylos sein da ist ja wieder der manfred aus der fünften grad erfreut sie wieder ich habe keine muni wirklich ich hab da kein bock mehr drauf du ich sag's nicht wer jetzt uns beschützt der muss irgendwas kriegen ein squad muss uns beschützt und beschützt uns und der einfach schreiben ja ja die kriegt der krieg unterschriebene unterhose von mir ich guck es mir an okay um zu uns und erst mal die misst tanzen damit ich sehe dass sie zu uns gehört da kommen sie da kommen sie sagt im voraus ich habe ein freund hast du eine waffe hallo tanz er hier kommt es ist zum kotzen ich tötte ja komm wir tanzen wir tanzen geil geil kommt das einchecken noch komm warte ich muss aber erst mal suchen kurz da schießt doch schon jemand oben auf dem berg da sind sie markieren ist auch einer hier ist einer für uns hier ist ein helfer herr komm herr komm her ich habe ich höre das nicht mal das ist so schön ich habe nur ein ok betont wird tot kann ich kann man auch mit einem kopfhörer spielen ja das wäre wenn ich mir wie mit einem nunchuk spielt nein das sieht ganz schlecht aus von mir hätte einen nunchuk was was soll ich nehmen ich komme ich die leute bitte er kommt bitte helft mir kommt leute Peter, helft dir! Peter, helft dir! Bitte, Hilfe! 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 Die helfen! Die helfen! Die helfen! Der gibt den nicht! Der gibt den nicht! Schieb den ab! Oh nee, was machst du denn? Das war gut von mir! Oh nein, was machst du denn? Ich weiß nicht, ich bin doch auch überfordert. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Wirklich, geuer Versuch, guck mal, guck mal! Was denn? Oh, was ein Ehrenmann, was ein Ehrenmann! Ja, komm, endlich, du bitte! Schreib deinen Namen in den Chat! Weißt du, was es für ein geiler Typ wäre, wenn er Kai jetzt wiederbelebt und dann schießt er ihn einfach tot? Oh nein, Kai! Oh nein! Oh nein, Kai! Ey, nein, aber nein, Kai! Was willst du denn von mir? Was hätte ich denn machen sollen? Bowen! Diese 14-Jährigen heutzutage, die sind schon nicht normal. Die checken mehr, als ich hier auf dem elektronischen Gerät. Ja, wie warst du denn mit 14? Da hast du irgendwelche Interviews bei Stutt gegeben. Hallo, ich bin Timo Werner, ich möchte irgendwann mal... So, das ist auch aus. Ey, aber Frisur war gut, muss man ehrlich sein. Ich glaube, ich habe mich selber mit dem Raketenerfahrt verhandelt. Ich lasse mich doch... Ach mann, ach mann... Also bisher... Nein! Nein! Keiner gehört zu uns, die Wichser! Töne uns seit vier Runden! Oh, ich höre einen langen! Da kommen sie! Da sind sie! Ja, ne, der Helfer! Nein, nein, nein! Nein! Was macht ihr? Was macht ihr? Oh Mann! Ihr habt keine Freundin in der Lobby, geht mir nicht auf den Sack mehr. Ich bin Freunde und Helfer! Und dann wundern wir uns, warum uns keiner hilft, ne? Nee, ich bin Helfer, 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 Helfer! Guck mal da, guck mal was er macht! Helfer! Ab jetzt! Wir sind Helfer, ab jetzt sind wir Helfer! Helfer, Helfer, alles gut! Helfer! Guck ihn dir an, ne? Guckst du dir an, die Helfer! Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg! Ne, die davor waren noch Helfer! Okay, jetzt Freunde und Helfer an die Luft schießen und tanzen, wenn ihr uns seht. Alles andere wird abgemerzt. Der hat immer noch Hoffnung, dass die Helfer kommen. Morgen kommt wieder auf Bild-Zeitung. Kai Havertz und Timo Werner beleidigen auf, Mensch! Aufs Konto schauen, dann passt das. Einfach die Präbiere anschauen. Jetzt haben schon viele Champions-League-Titel gewonnen. Es haben noch nicht so viele Champions-League-Titel und einen epischen Win geholt. Lass uns doch mal hier an einen Strang ziehen. Ich glaube, jetzt sind wir uns eingegrooft. Ich kann mal so eine Scheiße erzählen. Einer ist in deinem Stein da. Einer ist in deinem Stein da. Einer ist in deinem Stein da, der kommt. Einer kommt über links. Links von dir, Eli. Links von dir. Links von dir. Oh mein Gott! Hinter dir! Hinter dir, Eli! Hinter dir! Hier oben! Hier oben! Eli uns denn! Jungs, ich brauche dringend Hilfe. Eli bei mir! Eli! Zwei weg! Okay! Ich bin runtergefallen. Ich habe fünf Leben. Hilfe! Kai, du musst kommen! Timo! Timo, du musst kommen! Ich kann... Ihr seid Helfer. Kommt, Jungs! Das ist kein Helfer, Kai! Hast du ihn getötet? Ey, die Zone! Die Zone! Was machen die? Was machen die? Das sind doch keine Helfer. Man, weißt du, was ihr seid? Ihr seid Peppe und Mundmänner! Das seid ihr! Jawoll, hier! Hier ist einer von den Helfern! Belebt ihn! Belebt den Helfer! Ich weiß nicht, ob die auf dem Schirm hatten, dass ihr das seid! Ich glaube, die wussten das nicht! Wo meine Karte? Warum kann man nicht nur Fortnite spielen? Ich möchte doch nur mein Spiel spielen! Warum werden die Streams-Napper nicht gekickt? Einfach dann... Oh oh! Oh oh! Was ist los, Timo? Kaffee, zieh mir! Ne, ich habe... Nimm du! Er geht so rein! Ich habe zwei! Okay, okay! Knecht! Heiden! Kommt einer genau vor dir! Eli, hier ist einer vor euch! Wo ich mal geht hab! Nein! Der ist doch doch! Der ist so gut wie tot! Der ist so gut wie tot! Ey, ich gebe mir mit einer Lila einen Pump! 41 in den Kopf! Wie geht das? Okay, okay! Ey, erst mich, weil ich habe nur noch 20! Ey, überlebt mich! Heiden! Es geht! Ey, ich fasse es nicht! Ich fass das nicht! Ich fass das nicht! Ich fass das nicht! Nein, nein, nein! Schöne Waffe! Nimm mich schwitzen! Freund und Helfer! Ich bin trotzdem genau tot! Hier ist einer von mir! Ey, das war gerade der Helfer! Das war der Helfer von gerade! Ey, warum tötet er mich? Der tötet mich! Er tötet mich! Was bist du für ein Hund, Alter! Warum bist du so? Alle Helfer Bananenskin! Helfer Bananenskin! Helfer Bananenskin! Ich glaube, so würde ich es gerne! Sind alles Bananen! Sind alles Bananen! Okay, Bananen! Geht raus! Weg von uns! Und killt andere! Wir möchten nicht mit euch zusammen spielen! Wir möchten, dass ihr andere weg macht! Ja, auch assi! Bitte schießt uns nicht ab! Aber vergisst das! Ja, nein! Kommt mit uns mit! Kommt ruhig mit uns mit! Nein! Die sollen andere abtöten! Dann werden wir halt gebannt! Ist doch egal! Ey, Bananen! Tut mal eure Waffen weg! Timo, nimm mal das Schampe hier! Bananen! Ausschwärmen! Wir sind die Ameisenkönigin! Und ihr schwärmt aus! Ihr seid die Arbeiter! Und ihr macht die anderen weg! Ihr holt Nüsse und Proviant! Nicht mit uns laufen! Andere in der Lobby abtöten! Okay, raus hier! Raus hier! Kann Timo Werner Englisch? Der kann scheiß Englisch! Kannst du Englisch? Unterhaltet doch euch mal, ihr zwei! Hallo! Ich kann Englisch sprechen! Wie geht's? Ich bin gut! Was machst du heute? Oh, das sind die Gegner! 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 Lass mal oben aufs Main drauf! Okay, Jeff Hardy! Okay, super Team-Mate! Erstmal reden miteinander! Nein! Warte Timo, mein Internet geht grad nicht! Super! Ja, warte! Warte! Jetzt noch mal! Nee, das Internet hörte ich nicht! Krass, krank, krank! So wird man ja abgezockt wieder! Kleinen Finger reicht, man gleich die ganze Hand wieder genommen! So wie bei den Frauen! Geil, geil, geil! Komm mal lieber zu euch! Alter, auf der Seilbahn! Mach die Nass! Ja, komm runter, komm runter! Komm her, helf Edi, helf! Schnell, helf doch! Ich baue, 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 ich baue! Ich bin Baumeister-Brau! Was ist das hier, ja? Verkrümeln, verkrümeln! Was ist das hier? Ich bin weg! Hier ist drin, hier ist hier drin! Timo, hier ist drin! Ich bin weg! Wo sind die Bananen? Super Timo! Und dann muss ich mir vor der Sekunde noch was von Teammates anhören! Ich höre nicht mal was, ne? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich bin die beste Spieler der Welt! Hallo Merhaba! Junge, ich bin die... Aber wo sind denn dann am Ende die Bananen? Wo sind sie denn, wenn wir sie brauchen? Wo sind die Bananen, wenn wir sie brauchen? Hashtagmedion in den Chat, mir auf Instagram folgen, auf YouTube folgen und auf Twitch folgen, dann seid ihr dabei! Warum geierst du denn so? Das muss man so machen! Ich glaube, bei dir ist jemand... Ja, ich bin bei dir... Kein Freund... Ja, bei mir? Unter mir jetzt, Kai! Ja, 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 ja... Zwei Stück, ihr müsst Kai helfen! Kai helfen! Ach, Mann! Hier, hier! Blazer? Mach sie weg! Mach sie weg! Schön, 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 schön! Schön, die Banane! Hier, hier, hier! Oh mein Gott! Ich hab halt null FMG-Muni mehr, Alter! Belebt, belebt! Lass die Banane kämpfen! Banane! Ja! Attackier! Die Banane hat alle geholt! Hey, hey, helf mir! Hilfe! Hilfe! Komm, komm, lass zusammenleben! Hilfe! Hilfe! Alter, die Banane! Du warst eine Ehren-Banane! Die Banane hat sich den Mini verdient! Hilfe! Hilfe! Guck mal hier, kommt noch mehr! Da kommen noch drei neue Bananen! Hilfe! Mach nur den Job! Hilfe! Ah, da kommt auch eine Banane! Ach, die Scheiße! Gut, dann lassen wir uns das wahrnehmen! Oh nein, Gegner! Hier wurde gesplasht! Oder? Wo denn? Genau! Ja, ich steig aus! Ich steig aus! Ich steig aus! 2x20! 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 Bananen! Alle Bananen! Bananen! Antriff! Bananen! Antriff! Bananen! Ein down! Trink genug Wasser, ist down! Ah, da hieß! Inte von! Nicht auf mich Bananen! Ah, gut! Bananen! Hier sind wir nicht sehr gut! Ja, gut! Hat der was tun? Bananen! Bananen! Hier, Eli! Eliko mehr, du musst nicht, du kannst die Hande. Die Banane! hinter dir hinter dir hinter dir! Bananen, ich hab nix zu bauen! Oh, ich hab nix zu bauen! Oh, ich hab nich zu bauen! Ich hab nix zu bauen! Eliko über dir über die über- ihr über dir! Es waren zu viele, aber dann müssen die Bananen auch verkommen. Das ist eine bittere Pille. Lass noch eine Runde. Komm. Eine Runde. Kann ich die Unterhose von Timo bekommen? Ich wollte das. Wenn wenigstens einer gut wäre von uns, aber wir sind alle kacke, ey. Nein. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir ergänzen uns irgendwie. Phasenweise sieht es ja nicht schlecht aus. Ja, der Spielspaß ist gegeben. Digger, ich spiele mit Kai Havertz und 45 Millionen Kai Hobarts Fanpage-Zeiten. Ja, das ist klasse. Digger, markier mich. Diese ganzen Fanpage-Zeiten mit ihm und seiner Freundin, Digger. 500 Mal wurde ich jetzt gerade markiert. Meine Fresse. Wir gehen hier hin jetzt. Mir reicht's. Nein, nein, nein. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Ich geh raus. Ich geh raus. Mir reicht's gar nicht. Nein, 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 nein. Bananenschub rot. Das könnte ich mir. Oh, oh, oh. Da kommt auch ein Team. Mann, ich bin, ich bin. Komm alle hier vorne hin. Ah, Bananen, bist du ein Helfer? Freund oder Helfer? Freund oder Helfer. Bananen sind immer Freund oder Helfer. Ja, ja, Freund oder Helfer. Okay, okay, okay. Helfer, schieße ich den ab? Der Geist sieht nicht mal was. Ich hab sie. Da ist eine. Ab einen. Braucht Unterstützung. Bananen hab ich abgeschossen. Eine 31er Banane. Hä, was macht der? Jungs, ich hab zwei Stück. Ich brauch jetzt aber Hilfe. Timo, das ist eine normale Banane. Ich brauch Hilfe. Ja, ja, ich hab den einen abgeschossen. Bananen nicht mit uns laufen, sondern um uns herum und die Gegner abtöten. Halt den Geist. Hab beide, hab beide. Hey, da belebt doch jemand. Reboot, Reboot. Reboot. Dann kann ein Fight sein. Vor mir, vor mir, vor mir. Ah, Starkheit. Gut so. Wen hat'n der wiederbelebt? Der wollte. Hey. Direkt ist gut. Mann, 31er Banane, 31er Banane. Da vor. Vor uns sind keine Bananen, das ist ein richtiger. Da vorne, Gegner, wo's noch steht. 31er Banane bei mir, mach ihn weg. Diese Bananen uns eliminiert werden, die ich markiert hab. Elias Barschir. Eliminieren. Ich hör so viele Schritte hier. Ich kann's denn leider. Danke, danke. Danke, ich bin voll. 31er. Ich glaub, wir werden gleich rausgeschmissen. Auf die Schritte, auf die Schritte. Oben auf dem Dashlet. Auf dem Bächlet. Auf dem Bächlet. Was ist hier los, Alter? Warte, warte, warte. Komm her. Wo ist der? Oh ja. Ich hab nichts mehr verbaut. Elias Barschir, bitte bannen bei mir im Chat. Bannen Elias Barschir bei mir im Chat bannen. Der heißt genau so. Mach den mal weg, mach den mal weg, Jeff Hardy. Ich weiß nicht. Er ist ne komplett gelbe Banane. Er ist ein trojanisches Pferd. Er ist ne komplett gelbe Banane. Okay, alle komplett Bananen werden jetzt getötet. Jetzt geht die Banane auf mich los, weil ich den umgebracht hab. Aber ich hab ein Pfeilchen getroffen. Da hinten ist ein normaler. Jaja, mach den. So bei. Jungen, wir werden so gebannt gleich, ne? Kann sich einer, wenn er Zeit hat, hat er so nicht Bananen, Lula? Ich wurde grad so gelasert, ne? Kannst du mir Pammoni gehen? Ey, auf dem anderen Dach. Auf dem anderen Dach, Männer auf dem anderen Dach. Ich brauch Hilfe. Lula, Lula. Nein, nein, der hat mich nicht getötet. Gute Kai. Die hat mich beschützt, die Banane. Ich hab dich, Bruder, ich hab dich, ich hab dich. Wer war das? Hast du Pammoni, Timo? Ich füll vier Schuss. Da oben am Dach. Auf dem Dach oben. Auf dem Dach oben. Ja, ich weiß, da war einer. Bananen, mir nach. Bananen, mir nach. Jetzt tanzt er, das ist ein V-Mann. Banane, gib mir mal die Spider-Man-Handschuhe bitte. Ich zieh voll auf. Ey, der belebt. Der belebt. Egal, egal. Ich schwör, ich bin mir nicht sicher, ob er weder belebt. Ich bin mir nicht sicher. Ey, Hände hoch. Alle Bananen in die Luft schießen, alle mal in die Luft schießen, damit sie uns hören. Alle Bananen in die Luft. Warum machen sie das nicht von Anfang an so? Ist doch viel cooler. Ey, ich brauche Munition. Bananen, ich brauche Munition. Weil man sich immer ernst aufregen muss. Nein. Auf, wir wurden rausgekickt. Ich wurde gekickt. Es gab einen Fehler, du wurdest wegen Team-Wildung aus dem Match-Up-Tan. Spiele Fortnite, bitte fair. Banane? Ich wurde rausgeschmissen. Wir haben es nicht bemerkt, aber die Bananen sind noch da. Wurdest du? Wurdet ihr nicht rausgeschmissen? Nö, wir sind noch drin. Mann. Ich wurde rausgekickt. Wurdest gemeldet. Die haben nur dich reportet. Warum denn nur mich? Sind die dumm? Aber ich glaube, du kannst zugucken, Eli. Nee, ich glaube, es geht nicht. Aber das war deren letzte Runde, ne? Naja, Kai ist raus. Okay. Ey, das Problem ist, Freunde, ich kann nicht mehr normal spielen. Weil es kommen Stream-Sniper und ich muss mir irgendwas überlegen. Mit Delay einstellen. Dann ist der Chat halt krass delayed. 5, 6, 7 Minuten. Aber na gut. Digger, ich fand das so lustig mit denen. Ich fand, das hat so Bock gemacht, ne? Also es war lustig. Es hat trotzdem echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Die sind komplett durch. Digger. Und die haben die Champions League gewonnen, Chat. Die haben die Champions League gewonnen. Und der eine von denen hat den Siegtreffer sogar gemacht. Die haben so einen krassen Dachschaden. Wow. Und bei denen dort die Schrocken jedes Mal cherishiv. Und natürlich nur sagen so nucleiv. Aber die Schrocken sind so viele Inte Heimo oder sogar das gefühlte,